Waddesdon Manor, Sitz eines Sprosses der weitverzweigten Rothschild-Dynastie, die im Banken- und Finanzwesen reich geworden ist. Es war Baron Ferdinand de Rothschild, der Gebäude und Garten um 1874 errichten ließ. Hier auf Waddesdon Manor schuf er sich nach seinen Vorstellungen einen Ort, um seinen Reichtum und seine wirtschaftliche Macht zur Schau zu stellen. Aber es sollte auch ein Ort der Begegnung der höchsten gesellschaftlichen Kreise des viktorianischen Zeitalters sein. Ein Ort des hochwohlgeborenen Vergnügens, denn Beziehungen und Freunde waren auch zu Herrschaftszeiten von Königin Viktoria schon von großer Bedeutung. Ein riesiger Landschaftspark umrahmt Haus und Garten. Als Rothschild das Anwesen bauen ließ, war der Hügel noch kahl und leer. Gegen den starken Wind, der hier wehte, ließ Rothschild halb ausgewachsene Bäume einpflanzen, die er sich in der näheren Umgebung ausgewählt hatte. Geld spielte keine Rolle. Schnell musste es gehen und großartig aussehen. Und der Plan ging auf. Rothschilds Anwesen entwickelte sich schnell zu einem gesellschaftlichen Mittelpunkt der Reichen und Adligen. Sogar Königin Viktoria selbst war zu Gast. Die herausragend bepflanzten Blumenbeete gaben dem Ganzen den richtigen, würdigen Rahmen. Herausragend sind die Blumenbeete nicht nur in ihrer Gestaltung, sondern auch im wahrsten Sinne des Wortes. Sie sind erhöht angelegt worden und das aus gutem Grund. Seit über einem Jahrzehnt arbeitet hier Chefgärtner Paul Farnell. Zusammen mit einem guten Dutzend Gärtnern hegt und pflegt er die Anlage im Auftrag der staatlichen Stiftung National Trust. Paul Farnell weiß nahezu alles über den Garten und die Besonderheiten seiner viktorianischen Entstehungszeit. Das hier ist eine typische erhöhte Bepflanzung. Man muss sich die viktorianischen Damen in ihren engen Korsetts vorstellen. Die konnten sich nicht zu den Blumen herunterbeugen und deshalb brachten die viktorianischen Gärtner die Blumen hoch zu ihnen. Die Damen wussten so viel Freundliches entgegenkommen, sicherlich zu schätzen. Bewusst flach angelegt, aber der absolute Hingucker war und ist das Teppichbeet von Waddesdon Manor. Eine Besonderheit, damals wie heute. Die Muster werden allein durch die geschickte Auswahl und Positionierung der alpinen Pflanzen geschaffen. Bis zu 30.000 Setzlinge sind nötig, um ein solches Beet so kunstvoll zu inszenieren. Zweimal im Jahr wird das Teppichbeet neu bepflanzt, immer mit einem anderen Muster. Die Pflege ist aufwendig. Die Pflanzen müssen ständig zurückgeschnitten werden. Das Anpflanzen selbst geht dank moderner Technik heutzutage erstaunlich schnell. Ganz anders als damals im 19. Jahrhundert. Wenn man dieses Beet auf die traditionelle Weise anlegen würde, wären damit vier Leute den größten Teil der Woche beschäftigt. Heute haben wir eine andere Methode. Wir wandeln die Pflanzflächen in Pixel um. Eine Firma digitalisiert das Design und erstellt das komplette Beet am Computer. Vorgepflanzt in Kacheln wird es dann zu uns geliefert und zwei Männer bauen es an einem Tag zusammen. Das ist wie ein riesiges Puzzle. Für das Teppichbeet war Waddeston Manor berühmt, aber auch für seine Voliere, die der Baron höchst selbst im Rokoko-Stil entworfen haben soll. Auch heutzutage hat sie eine Sonderstellung, denn sie ist noch in Betrieb. Derzeit läuft hier ein ehrgeiziges Aufzuchtprogramm für vom Aussterben bedrohte Vogelarten. Und Paul will uns noch zu einem weiteren Lieblingsort führen, zur Buchsbaumwolke. Einem schönen Beispiel für ästhetischen Formschnitt. Aber nicht nur das. Denn Baron de Rothschild und sein französischer Landschaftsarchitekt Elie Lenné haben sich auch hier einige Gedanken gemacht. Das Besondere an diesem Ort ist der Übergang. Wir haben die sehr formalen Gärten darüber und zu unseren Füßen ist das offene Parkland. Und dazwischen haben sie die viktorianischen beschnittenen Buchsbaumhecken. Beschnitten in Wolkenform. Das sieht fast naturalistisch aus. Und dann haben wir die informelle Bepflanzung um diese Skulptur herum. Ich finde dieser Brückenschlag vom formalen zum natürlichen Garten ist absolut perfekt gelungen. Wadeston Manor gilt als einer der bedeutendsten viktorianischen Orte Großbritanniens.